Hallo Kameraden, willkommen zurück. Erste Flaschenpost nach den Flitterwochen sozusagen und ja, ein bisschen verzögert machen wir heute unsere Flaschenpost zum Patch 0612. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht es, es geht hier quasi um die zweite Runde schon, das heißt wir sind einfach ein Ticken spät dran und ja, naja, was sollt. Ich hol es einfach gerne mal nach. Ja, ihr habt sicherlich schon viele verschiedene Sachen gehört mit diesem Halloween Event, was da jetzt kommen wird, dann diese Nebelmechanik-Geschichte und die Clangefechte, das sind die drei Top-Themen von dem nächsten Patch. Wann er genau kommt, ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar. Wir gehen jetzt im Moment davon aus, dass das nächste Woche sein wird, dass wir mal kurz auf den Kalender gucken. Wir haben heute den 14. Oktober, das heißt, könnte dann wahrscheinlich der 19. Oktober sein. Könnte sein. Schauen wir mal. Wird aber auch dann langsam Zeit, weil Halloween ist ja dann bald. Okay, worum geht es in der zweiten Runde des öffentlichen Tests? Es wurden einige Sachen verändert. Und zwar Fehler behoben mit den Ölkram, dass durch Spieler kein Öl-Container beim Yamato-Feldsucht bekommen wurde, etc. auch die Möglichkeit, dass zwei Flugzeugträger in einer Gruppe landen konnten, wurde behoben. Und dann kommen die berühmt-berüchtigten, viel diskutierten Balance-Änderungen, die jetzt in dem Test-Server getestet werden, dass das Champions-Begrenzungsteam halt eins von 120 auf 180 Sekunden erhöht wird und das Champions-Begrenzungsteam zwei von 80 auf 120 Sekunden. Und genauso bei der Conqueror auch und der Erkennbarkeitsreichweite wurde halt auch um gut einen Kilometer erhöht. Und dann kommen wir schon zu dem Halloween-Event. Ja, das Halloween-Event wird halt so sein, wie es beim letzten Mal war. Einmal. Also es gibt jetzt sozusagen in Zukunft zwei Halloween-Events. Und zwar einmal eine Kopie dessen, was im letzten Jahr gelaufen ist, wo man mit der Blade, der Jackal und der Eiger unterwegs ist, durch dieses Labyrinth der Karten da fährt und ja, da Türme bekämpfen muss und ein paar Schiffe bekämpft und so weiter. Das wird sicherlich überarbeitet sein, so wie ich jetzt gehört habe. Sind ein paar Türme dazu gekommen. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, da erfolgreich zu sein. Und auch da wird es wieder ganz normal, die, äh, für jeden Stern sozusagen, den man dann erfährt, wie er das jetzt aus anderen Operations kennt, ähm, wird es dann da Belohnung geben. Also immer 15 Halloween-Lackierungen. Entweder die vom Vorjahr oder die von diesem Jahr dann. Ja, ähm, äh, gehe gleich ingame nochmal ein, ähm, zeige ich euch. So, dann kommt, äh, gab es ja oft die Frage, was passiert eigentlich hinter dem Tor? Ja, hinter dem Tor, das spielen wir dann dieses Jahr zusätzlich. Äh, da werden wir euch auch eingefecht zu zeigen, ähm, und, äh, das sind jetzt T-8-Schiffe, die dann umgebaut wurden. Und, ja, in der zweiten Phase des öffentlichen Tests laden wir euch jetzt da ein, die Geschichte fortzusetzen. Transsilverne und ihre Verteidiger kehren in die ruhigen Gewissheit der Silbersperr-Archipilz zurück. Ja, ähm, ich hab's eben schon mal angetestet. Ist eine Menge Neues, muss man sich eine Menge dran gewöhnen. Wird eine Menge Spaß machen, weil es konstant Action, ja, und wenn man es clever macht, stirbt man da, äh, kann man da eigentlich gar nicht sterben. Wenn man es clever macht. Ja, weil nämlich verschiedene Schiffe verschiedene Fähigkeiten haben. Genauso wie, wenn man in der Nähe der Transsilvania sich auffällt, äh, da auch repariert wird. Also, äh, ist schon ziemlich cool. Jetzt gibt's halt die Urashima, die, ja, genau, geiles Wort, Zwo-I-A-Tosar, die Magnu-S und die Nobilium. Ein Flugzeugträger, auch neu, äh, in dieser, in diesen Halloween-Gefechten. Ähm, ja, äh, da geht's am Ende darum, da existieren drei Türme und diese, äh, diese, diese Portal muss versiegelt werden, ne. Und da kommen halt immer wieder die Wellen aus dem Portal raus, quasi, wo wir gerade in der ersten Mission rausgesprungen sind, äh, um in den Silbersperrsee zu kommen, ähm, kommen uns die bösen, bösen Leute wieder hinterher. Und, äh, ja, wir müssen sie zurückdrängen. Es, äh, ist sozusagen der Weg. So, weiter geht's mit den Clan-Gefechten. Ihr habt euch das alles schon durchgelesen. Ich werde jetzt hier nicht auf alle, äh, Kleinigkeiten nochmal genau eingehen. Ich zeige euch das ingame, wie es aussieht. Und dann, ähm, 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 ja, muss das erstmal reichen, weil wir will ja hier auch keine drei Stunden Video für euch machen. Das guckt sich ja keiner an. So, also, der erste Season der Clan-Gefechte steht bevor. Mit Patch 0612 wird diese, äh, wird diese Sache eingeführt. Es gibt, äh, ein Clan-Wertungssystem, äh, vier Haupt-Ligen. Die Böe-Liga, die Orkan-Liga, die Sturm-Liga, die Taifun-Liga. Wobei die Taifun-Liga halt die beste Liga ist. Und in den unteren Ligen, äh, wird es dann wahrscheinlich erstmal relativ, äh, äh, ja, spannend zugehen. Mal sehen, wie sie jetzt so entwickelt. Ja, es wird halt, äh, Clans geben, die nicht so ganz professionell ausgerichtet sind. Und es gibt halt Clans, die sehr professionell ausgerichtet sind, ähm, die relativ schnell dann wahrscheinlich bis in die Taifun-Liga vordringen wollen würden. Und ich würde jetzt mal sagen, die Böe-Liga ist dann eher die Fun-Liga vielleicht. Keine Ahnung, könnte ja durchaus sein. Also, die erste Season geht dann von Patch 0612 bis 0615. Und, äh, ja, dann werden wir das sehen. Auf dem Test-Server kann man hier ein 3-Gegen-3-Format fahren, um das mal auszuprobieren, wie dieses Liga-System sein wird. Ich zeige euch dazu, diese, die Grafik, wie das Ingame aussieht, werde ich euch einmal kurz zeigen gleich. Und, ähm, ja, das war's dann auch schon. Wir haben jetzt hier nicht genug Spieler sozusagen, oder ich will das jetzt auch gar nicht groß hier ausdehnen. Sozusagen hat jeder, äh, ja, hier so ein Clangefecht. Am Ende ist es ein Gefecht wie das andere, bloß, dass man halt sehr viel mehr Taktik begegnen kann und man halt andere Karten hat. Gut, äh, dann geht's weiter, äh, Clangefechte können nur auf Stufe 10 ausgetragen, das ist auch schon hinlänglich bekannt, keine Flugzeugträger, nur ein Schlachtschiff. Darunter ist alles egal, also, äh, Kreuzer oder Zerstörer, wilder Mix ist erlaubt sozusagen. Und, äh, hier drinnen, ihr seht ja dann auch nochmal genau, wie sich das zusammensetzt mit diesem Schiff mieten, ja, wenn man kein T-10-Schiff hat, dass man ein Schiff mieten kann, ähm, ist hier auch nochmal alles erwähnt. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass sich das nach drei Wochen ändert, also, dass ihr den Kurs und Kuhfürstern nicht dauerhaft behält, sondern dann möglicherweise noch eine Yamato dazu kommt oder Kuhfürstern wieder zurückgegeben werden muss. So was, in der Art, so verstehe ich das zumindest, ja, ähm, dann müsste man halt gucken, wie das dann tatsächlich im Spiel dann umgesetzt wird. So, und dann haben wir hier noch die Änderung bei der Mechanik der Schiffsaufklärung, da haben wir ja, äh, in dem, in dem letzten Patch-Preview schon, in der letzten Flasche-Post euch schon ein paar Informationen zu liefern können, wie sich das in Zukunft verhält. Ich habe jetzt hier nichts Neues lesen können, prinzipiell ist hier nur nochmal ausführlich erklärt, da soll sich jeder durchlesen, wie diese Mechanik funktionieren wird in Zukunft. Und, ähm, ja, ich denke, auch wieder da, sehr spannende Geschichten. Ich besonders freue mich natürlich ganz besonders auf dieses Halloween-Event, das habe ich letztes Jahr auch bis zum Abwinken gefahren. Und, ähm, ja, da springen wir jetzt hin und jetzt mache ich hier das richtige Fenster hoffentlich weg. Zack, da sind wir schon, in-game. Jetzt springe ich mal rein ins Spiel. So, und ich habe mir Verstärkung gesucht, meine Frau, seit neuestem, meine Frau, Ranja83, wird mich begleiten hier in dem, äh, in dem, in dem einen Halloween-Gefecht, was wir euch zeigen wollen. Ähm, hier ganz kurz nochmal zur Übersicht. Ich habe kurz mal schnell einen Clan gegründet hier. Ähm, ähm, diese Übersicht mit diesem, mit der Liga sieht jetzt quasi dann neu aus, ne? Also, man sieht hier, das kennt ihr ja alles schon. Hier an der Seite ist diese, ja, das Abzeichnen der Liga, in der ihr fahrt und in welcher Gruppe der Liga ihr seid. Weil jede, jede Liga sich nochmal in Gruppen unterteilt. So, Clan-Battles. Hier kommt ihr dann, äh, zu so einer Übersicht. Wie viele Battles, wie viele Siege, äh, Season-Record, egal, äh, etc., pp. Das ist, das ist dann alles selbsterklärend, wenn ihr dann da erstmal, ähm, dran teilgenommen habt. Dann gibt es das sogenannte Clan-Rating. Da seht ihr dann auch viele verschiedene Ligen in der Übersicht, ja. Hier ist, äh, Squall-League, äh, Jail-League, Storm-League, etc., pp. Hier haben schon, viele Leute haben schon geübt und, äh, haben sich damit auseinandergesetzt. Und dann gibt es hier natürlich Bewerbungen in Weiz. Das ist, das ist die übliche Geschichte. Also, da nix so Neues, ne, nette, nette Geschichte. So, kommen wir jetzt aber zurück, äh, zum Halloween-Event, was, ähm, äh, was wir hier noch zeigen möchten. Einmal schützt die Transilvania. Also, prinzipiell ist es ja halt jetzt so. Ich war jetzt ein bisschen zu zügig. Äh, ihr kennt ja die Operations bereits, wie das alles sich so aufbaut. Und in Zukunft haben diese Sachen halt jetzt hier ihren, ihren, ihren Platz. Ne, die Schütze Transilvania ist das Event vom vorigen Jahr. Und hat jetzt auch hier seinen Platz mit diesen fünf Sternen, ne. Pro Stern kann man hier auch sehen, 15 Typ 3 Halloween-Lackierung. Typ 2, äh, also zwei Sterne heißt nochmal 16 Halloween-2016-Lackierung. Ähm, und drei Sterne gibt nochmal 15 von jeweils beidem. Der vierte Stern gibt 25.000 Elite-Kapitäns-EP und der fünfte Stern 24 Stunden Premium-Konto. Das ist bei allen Operations mehr oder weniger sozusagen das Gleiche. Ähm, was ihr ja auch schon mitbekommen habt, ist, wenn das, wenn es das Unternehmen der Woche ist, ja, äh, dann könnt ihr durch, dann müsst ihr nur zwei Spieler sein, obwohl das Event mit sieben Spielern gefahren wird, weil dann fünf hinzugewürfelt werden aus dem Zufallspot. Wenn es aber nicht das Unternehmen der Woche ist, dann müsst ihr sieben Spieler, respektive vier Spieler, ähm, also Mindesteilnehmer, Anzahl ist vier, äh, zusammen haben, bevor ihr dieses Event überhaupt starten könnt. Nur bei dem Event der Woche ist es halt möglich, durch Zufall andere Spieler hinzuzuwürfeln. So, und jetzt kommen wir zu diesem neuen Event. Das ist dann Sunray in the Darkness. Und das ist hier auf dem Test-Server so dargestellt, dass man pro Stern ein Container bekommt. Das bedeutet, wir wissen überhaupt nicht, was da konkret drin ist. Das ist hier auch nicht groß angekündigt. Im Moment ist hier jeweils ein Container pro Stern. Ob sich das im Live-Server nachher nochmal ändert, wissen wir nicht. Äh, kann sein, kann auch nicht sein. Äh, äh, nach meinem Bekenntnisstand ist da nichts weiter angekündigt im Moment. Wie alles, was wir euch zeigen, ist das hier, wie gesagt, Test-Server. Heißt immer, Subject to Change. Kann passieren, dass sich das alles noch irgendwie umdreht, umändert. Weiß der Geier was. Ähm, also, es ist jetzt nur mal ein Preview. Es könnte so kommen. So könnte man das sagen. Ne, auch hier hat man dann die Möglichkeit, hoch oder normal. Hoch geht noch nicht. Also, bleibt mal nur bei normal. Und, äh, das Event ist schon ausgewählt. Hier ist jetzt ein, ähm, ist das hier der Zerstörer, sozusagen. Das ist, glaube ich, eine Kagero. Angelehnt, sozusagen. Angelehnt an die Kagero. Tier 8. Dann haben wir einen Kreuzer. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das hat eine Chapayev. Sieht aus wie eine Chapayev, glaube ich. Äh. Und, dann haben wir eine umgebaute Tierpitz. Sieht ziemlich geil aus. Vor allen Dingen, wenn er dann, wenn man dann im Gefecht ist, wo er dann alles blitzt und leuchtet und blinkt und macht und tut. Und, dann eine umgebaute Lexington. Wobei, Moment. Falsch geklickt. So, jetzt haben wir die umgebaute Lexington. Also, wenn man, wenn man nicht weiß, wie spät das ist, dann guckt man hier auf die Uhr und dann weiß man, wie spät das ist. Nein, kleiner Spaß. Die Flugzeuge haben jetzt hier so nette Flügelchen. Alles so ein bisschen märchenhaft. Bisschen überzeichnet. Ein bisschen überzeichnet ist gut. Ja. Was jetzt aber neu ist bei der ganzen Geschichte ist, die haben alle spezielle Fähigkeiten. Jedes Schiff hat spezielle Fähigkeiten. Ich habe die jetzt hier noch gar nicht ausgebaut. Aber, fangen wir beim Flugzeugträger an. Also, die Torpedobomber, Brandbomber und so weiter, ist da alles ganz normal. Aber, zusätzlich zu dem Damage-Control-Party, also zur Scheinungsbegrenzungsteam, haben die jetzt hier Verbrauchsmaterial. Und zwar, Shining 1. Heißt, Restores 250 HP per second for all Elliot-Chips. It's Efficiency doubles when you deal 50.000, 100.000, 200.000, 400.000 HP of Damage. Bedeutet quasi, wenn du das auslöst, oder wenn der Trägerpilot das auslöst, dann gibt es 250 HP pro Sekunde für alle alliierten Schiffe. Und dieser Effekt verdoppelt sich, wenn der Träger 50.000 Damage gemacht hat, verdoppelt sich nochmal, wenn er 100.000 Damage gemacht hat, nochmal, wenn er 200.000 und nochmal, wenn er 400.000 Amage zusammen hat. heißt, bei 50.000 haben wir dann schon 500, bei 100.000 haben wir dann 1.000, bei 200 haben wir dann 2.000 und bei 400 haben wir dann 4.000 HP pro Sekunde, die wieder aufgebaut werden für alle alliierten Schiffe. So, und dann gibt es Eclipse 1. Eclipse 1, Engine and all types of armament of all enemy ships become incapacitated. bedeutet quasi, es wird alles an Panzerung und an Engines, oder ne, nicht an Panzerung, sondern an Bewaffnung und Engines, also der Motor wird stillgelegt und die Bewaffnung wird stillgelegt. Und zwar für 15 Sekunden Nachladezeit 40 Sekunden. Das ist natürlich richtig geil, weil man kann hier nämlich nochmal erweitern, gibt natürlich noch ein zweites Modul davon, ja, und wenn man das dann einbaut, dann ist die Nachladezeit 30 Sekunden, man hat 6 Ladungen und ist aktiv für 15 Sekunden. Das ist eine richtig geile Geschichte, wenn man das vernünftig teilt und in einem guten Team fährt, ich glaube, dann ergänze ich das sehr gut mit dem nächsten Schiff, was ich euch zeigen möchte und das ist das Schlachtschiff, die Magnus, die auch spezielle Fähigkeiten hat. Die, hier hat dann das Energy Shield, Ships becomes in, das kann ich gar nicht aussprechen, in Volvo Nable to any type of damage except of the Filth. Also der Filth, das werdet ihr gleich sehen, ist so ein Nebel, der sich da aus dem Portal heraus bewegt, der beschädigt dich, sozusagen, dein Schiff. Und ja, mit diesem Energy Shield bekommt man keinen Schaden mehr, außer von diesem Nebel. Man sollte sich in diesem Nebel nach Möglichkeit nicht lange aufhalten. So, dann gibt es noch die Repair Zone, das heißt, um dieses Schiff herum wird eine Zone kreiert, die ermöglicht, dass dein Schiff repariert wird. 750 Meter ist die Standardmäßig und der Radius erhöht sich auch hier, wie eben schon bei dem Flugzeugträger, mit 50.000 Trefferpunkten, mit 100.000, 200.000 und 400.000 Trefferpunkten. Und dann jedes Mal verdoppelt sich diese Reichweite. Das heißt, 750, 1500, 3000 und 6000 Meter um das Schiff jeweils herum. Zumindest lese ich das so. Radius of the Area, when you deal und so weiter, 1000 HP of Damage, doubles, the Area doubles. Das ist für mich der entscheidende Punkt. So, kommen wir zum Kreuzer. Beim Kreuzer haben wir auch wieder die Sonderfähigkeiten, Surveillance Radar 3, Detection Range of Ships 15 Kilometer. Ja, und da gibt es dann wieder zwei verschiedene Varianten mit 45 Sekunden aktiv und 45 Sekunden Nachleidezeit oder 45 Sekunden aktiv und 60 Sekunden Nachleidezeit kostenlos oder dann halt wie immer 22.500 Silber ist bei allen Dingern gleich. Oder eben Dublon, wenn man Dublon zu viel hat, immer raus damit. Sozusagen. Ja, also einmal ist das ja halt Aufklärung und dann haben wir noch die Inversion Charge, die die Nachleidezeit der Hauptbatterie erhöht und die Restore zu Ships HP bei 25% of the Cost Damage. Das heißt, 25% der Schadens, den du in der Zeit machst, wo das Ding aktiv ist, werden deine Trefferpunkte wieder aufgebaut. Auch eine geile Sache. Also ihr seht schon an Heilung Schade mangelt das hier eigentlich nicht. Wenn man sich vernünftig abspricht, kann man hier gut überleben. Wird sicherlich nicht einfach, vor allem wenn man ein zufalls generiertes Team fährt, wird es sicherlich nicht so einfach, sich da abzusprechen, aber man kann es. Vor allem wenn man im Clan ist und sieben Leute zusammen hat, dann wird das bestimmt richtig, richtig lustig werden. Wir werden hier garantiert mal so einen Fun Abend machen und den dann bestimmt auch live übertragen, also da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. So und zum Schluss kommen wir dann hier zum Zerstörer, der Zerstörer eine umgebaute KG-Roll mit Flügeln, winke, winke und ja, hier haben wir auch nochmal drei Module, das nennt sich dann Stream Torpedo Rammer, also die reduziert die Nachladezeit der Torpedo Tubes, aktiv für eine Sekunde Nachladezeit bis diese Verbrauchsmaterial wieder zu nutzen ist 120 Sekunden oder dann eben 90 Sekunden wenn man ein zweier Modul einsetzt ist ganz einfach die Torpedo werden schneller nachgeladen Punkt weiß gar nicht genau wie viel wie viel schneller müsste man mal ausprobieren habe ich jetzt gerade nicht parat dann gibt es ein Anti-Guidance System Enemy Ships Stop Frying their Main Guns at your Ship das heißt quasi die Gegner schießen nicht mehr auf dich wenn du diese Sache ausgewählt hast ist aktiv für 40 Sekunden bei 60 Sekunden Nachleihzeit oder 40 Sekunden bei 45 Sekunden Nachleihzeit hier mit einer 6er Ladung den Kapitän habe ich noch nicht geskillt das heißt wenn man hier den Inspekteur mit skillt dann hat man hier 7 Ladungen also das ist dann schon ganz geil und als das einzige Schiff was überleben kann in den Nebel reinzufahren sozusagen oder es wird ihm ermöglicht in den Nebel reinzufahren und nicht sofort zu sterben oder Schaden zu nehmen ist halt die Fill 3 Engine Boost bedeutet am Ende nichts anderes jetzt versuche ich das hier mal Increases the maximum speed of the ship ist klar also wird schneller das Schiff und es stellt 25 HP per second wieder her wenn man im Nebel ist also in dieser Giftwolke und dieser Effekt wird eben auch verdoppelt wenn man 50.000 100.000 200.000 und 400.000 Schaden gemacht hat ja das sind die Möglichkeiten die die neuen Schiffe haben ihr habt jetzt alles mal optisch gesehen und ja ich denke mal wir fahren jetzt mal schnell eine Runde und ich werde mir mal das Schlachtschiff nehmen ich habe jetzt noch gar nichts groß hier vorbereitet ich werde aber mir halt trotzdem mal hier diese auf jeden Fall schon mal die zwei Module schnell einbauen zack 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 ähm Hauptbewaffnungsmodifikation ja ich mache jetzt hier einfach mal schnell durch dass ihr halt da einen einen Effekt seht was was hier möglich ist jetzt muss man mal gucken was Sekundärreichweite 5,3 okay ja ich mache jetzt hier weniger Streuung rein ich weiß nicht ob das jetzt optimal ist ich habe mich damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt das muss dann auch jeder für sich wissen das ist ja dann eine Menge Zeit ihr könnt ja den Testverber auch noch dieses Wochenende benutzen so ein bisschen und ja ich erhöhe die Reichweite und dann gibt es die Schadensbegrenzungsteam packen wir da rein und dann haben wir hier jetzt muss man gerade Ruderstellzeit ist bei 16 Sekunden hier ja okay dann werden wir mal die äh die Steuergeldkriegermodifikation nehmen und hier packen wir das Zielerfassung ja machen wir das ok dann hätte ich dann brauche ich noch schnell den Kapitän das ist ja ganz einfach Beschussalarm dann natürlich Adrenalinrausch wie sieht auf dem Schlagschiff gehört dann den Inspekteur rein damit ich das häufiger nutzen kann und ich glaube dann gehen wir mal auf Sekundärreichweite Tarnung brauche ich hier nicht zumindest schätze ich das jetzt einfach mal dass ich das hier nicht so brauche ist ja so glaube dann haben wir es fast ne jetzt habe ich Sekundärbewaffnung zack jetzt habe ich noch zwei Punkte übrig dann machen wir Turmdrehzeit einfach raus und gut ist das so Feuerreichweite 9,3 Sekundär habe ich jetzt 6,7 da könnte man gegebenenfalls jetzt dann das eine Modul da nochmal umbauen ja machen wir das mal damit wir hier ein bisschen Fratzengewaller für für die Sekundärreichweite haben 7,6 Kilometer Sekundärreichweite ich glaube das macht jetzt gleich richtig Laune Kapitän ist geskillt das ist geskillt jetzt können wir hier noch ein bisschen Flaggen raufbasteln wenn wir das denn wollen Trefferpunkte wiederherstellen und machen wir einfach mal mal gucken Dauer bis zum Löschen des Brandes kann immer helfen und dann haben wir wiederholen bei Wassereinbruch bis wenn wir mal gucken ob die auch Torben Höchstgeschwindigkeit des Schiffes bauen wir auch mal aus lassen wir mal so ja erst mal so einfach so ein bisschen auch Spaß hier Flaggen habe ich hier keine verfügbar Ranja ist schon soweit hat ihren Kreuzer ausgewählt ich bin jetzt auch soweit hier unten was jetzt noch auffällt in der Grafik ist es gibt einen neuen Haken Pickup Allies heißt quasi wenn ich den Haken reinsetze werden die jetzt nicht in Ränge aufgefüllt mit anderen Leuten die das auch gerade spielen wollen wenn ich hier um ein Gefecht drücke wenn ich den Haken rausnehme geht der Button hier sofort aus ja weil das dann bedeutet dass ich quasi die ganzen Positionen hier mit klaren eigenen Leuten oder Leuten die ich kenne auffüllen möchte möchte ich jetzt aber nicht ich möchte euch ja zeigen was hier abgeht so wir haben das alles Attacke auf ins Gefecht hoffen wir mal dass wir schnell ein Gefecht finden ja hat er schon direkt ein Gefecht gefunden hier ist die Karte hier kann man sehen die beiden Türme das ist quasi das Portal wo wir jetzt drauf warten wir haben dabei ein Zerstörer drei Schlachtschiffe ein Kreuzer und zwei Zerstörer wichtig ist halt jetzt dass jeder genau das macht wofür er halt vorgesehen ist ja die Fancy Great Towers until they seal the portal to the lost dimension ja ihr werdet gleich sehen da gibt es dann so riesen Laserstrahle die dann die dann direkt in dieses Portal reinhalten bis es dann halt verschlossen ist ich glaube 10 Minuten oder so lange dauert hat ungefähr und nach Möglichkeit sollten die Türme die diesen Laserstrahl abfeuern natürlich nicht sterben oder zerstört werden da sind wir schon ja hier seht ihr die die Tower drei Stück hier sind so ist schon cool modelliert wie ich finde sieht schon geil aus halbe Kraft fahren wir mal drauf zu müsste hier im Moment losgehen die Sekundärreichweite lasse ich mir einblenden oh da vorne ist ja ich biege dann gleich nach links ab eigentlich eher andersrum und los geht das Quatzengeballer wie gesagt ist alles nur Short Range hier also erstmal ran jetzt wird versiegelt in 10 Minuten drei Sekunden ist das Portal versiegelt wenn alle Türme durchhalten und ihr seht jetzt da ist so eine grüne Nebelwand ist der Nebel den quasi die Gegner hier jetzt droppen und das heißt hier eigentlich nur nett draufholzen bis zum Umfallen musst du immer schön in der Nähe bleiben dann kannst du natürlich nachher mit geheilt werden von mir im Moment ist das alles noch überschaubar ich muss mich hier erstmal orientieren oh je Türme drehen jo guter Treffer ich will jetzt eigentlich mal dann ein paar Schöpfe in der Nähe haben wo ich endlich mal ein bisschen Frazikerballer machen kann immer wenn sie so weit sind dann sterben sie mir so so jetzt geht hier Frazikerballer los ich gehe auf die Fahrräg ich gehe auf die Fahrräg okay guckt euch das an das sieht so geil aus ich habe hier reingeworfen für den Zerstörer jetzt habe ich dich angeschossen ja das macht nix hier hier ist auch mal so ein Mini Zerstörer ich kann nichts tun weil du von mir ja alles gut den habe ich gerade plagt immer einfach nur krass durch die hier 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 So, schön manuelle Sekundärfeuer, dann kannst du das immer schön steuern hier. Ich weiß es, die haben einen Turm von uns platt gemacht. Ja, einen. Ist okay. Das kann hier trotzdem immer noch klappen. Prinzipiell ist das nicht unbedingt so schwer, diese Mission hier zu schaffen. Es ist nur schwer, diese Mission zu schaffen und fünf Sterne zu machen. Warte, Maus. Kriegst du einen Heal? Ups, da ist ja Rasputin. Total geträumt. Wie? Bist du tot? Dein Heal hat irgendwie nicht so funktioniert. Er hat funktioniert, aber der Schaden von dem, von der Rasputin war zu stark. Was? 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 Woah! Das ist jetzt schon der Hammer, was jetzt abgeht. Ä dash her. Okay. Unser zweiter Turm wird angegriffen. Okay. Ich habe die Bühne geschaut. Ich habe die Bühne geschaut. Ich habe die Bühne geschaut. Oh, das kriegt die Transylvania eventuell. Ne, doch nicht. 3 Minuten 30 noch überleben. Ja, der Tum wird noch wieder angegriffen. Wir müssen erstmal die hier platt machen, die besonders nah dran sind, glaube ich. An dem Turm? Ja, ja, an mehreren Türme. Ja, und alle sind am nächsten an dem Tower hier vorne, wo die Tops jetzt vorne rauslaufen. Ja. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Oh, den Turm verlieren wir. Jetzt ist die Zeit um 8 Minuten nach oben gestiegen. Nur um 4. Ja, also ab 8 Minuten wieder. Ja, hier in der Mitte steht 4 Minuten 14 bis der Turm, bis jetzt hier alles erledigt ist. Ja. 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 наш alle ist bestimmt Oliv specifications. Was ist das gerade noch? Doch, der eine ist ausgelaufen, sehr gut Ich hab schnell noch mein Schutzschild eingebastelt Oh Boah ey, Great Gordon ist ja der absolute Hammer. Ja, der kann einiges ab. Ja, der kann einiges ab. Macht auf jeden Fall saumäßig Spaß, muss man ganz ehrlich sagen, also mit der Tierpitz macht das unheimlich viel Spaß. Das ist sehr, sehr spaßig, kann man nicht anders sagen. So, wir haben noch 25 Sekunden, dann ist das Portal gesiegelt. Zitadelle. Neun Gegner müssen jetzt noch im Nebel kaputt gemacht werden. Ne, wenn der Siegel geschlossen ist. Hier steht, eliminate all foes in the fills. Das wären dann sozusagen... Wenn der Siegel geschlossen wird, verschwindet der Nebel. Genau, aber wir haben jetzt... Achso, 30 da. Okay. Sehr schön. Das war ein so ein funny Gefecht. Man sollte den ganzen Kram nicht zu ernst nehmen. Aber für 5 Sterne muss man noch 2 Türme jetzt noch behalten. Sonst haben wir jetzt schon 4 Sterne gemacht. Also mal gucken, ob das jetzt tatsächlich so auf den Live-Sriver kommt. Aber ja, also da ist eine Menge Absprachepotenzial da. Und dann ist es sicherlich unmöglich, ohne viel Verluste da durchzukommen. Man muss ja erstmal die ganze Orientierung sammeln. Welche Punkte sind wann wichtig und so weiter. Jetzt war jetzt nur ein Vorführeffekt, damit ihr das einmal seht. Und ja, das soll jetzt quasi auch schon gewesen sein von dieser Aussicht, von diesem Preview auf den nächsten Patch, der wahrscheinlich dann nächste Woche am, wenn ich mir recht entsinne, 19. Oktober auf unseren Server kommt. Das ist nicht offiziell. Das ist nur eine Schätzung von mir. Beziehungsweise die Information, die man so von überall her bekommt. Also nagelt mich darauf bitte nicht fest. Ich sehe aber gerade, wir können euch noch einmal zeigen, wer in den Containern dann so drin ist, die man da bekommt. Übrigens bekommt man die nur, wenn man überlebt hat. Ja? Weil ich habe keinen einzigen Container bekommen. Ok, gut. Gut zu wissen. Das ist noch eine wichtige Information. Wenn man also überlebt hat, dann kriegt man Container. Wenn man nicht überlebt hat, dann kriegt man keine. Ist auch ein bisschen fies, finde ich. Aber gut. Gucken wir uns jetzt die Container an. 15 mehr Halloween. 75 Flaggen. Ja. Sonderlackierung Sturmwind. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. 15 Stück. Und. Und eine Sonderlackierung Jackal Nassau. Also die Nassau kann man jetzt in eine Jackal Lackierung umbauen. Offensichtlich. Nicht schlecht. Da haben sie was einfallen lassen. Jetzt ist dann nur noch die Frage, ob das wiederholbar ist. Ich mag es bezweifeln. Wenn man seine Sterne zusammen hat, hat man seine Sterne zusammen. Auf der anderen Seite wäre es für so ein Fun-Event ja eigentlich irgendwie, steht hier aber, zugestellt am 14.10. Das heißt, wahrscheinlich nicht wiederholbar. Macht man einmal vier Sterne, kriegt man für die vier Sterne dann nach nichts mehr, wenn man sie nochmal macht. Man macht dann den fünften Stern. Aber gut. Das werden wir dann im Live-Server sehen. Und sobald ich hier nochmal neue Erkenntnisse habe diesbezüglich, kann ich da doch gerne noch unter das Video setzen bei YouTube. Ja, die Schiffe sind wieder begrenzt oder freischaltbar für 75.000 Silber. Und ja, das ist unser Überblick und unsere Zusammenfassung aus der ganzen Geschichte mit dem Preview für Patch 0.6.12. Wir sagen alle beide, vielen, vielen herzlichen Dank für Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet einige wichtige Informationen mitnehmen, die den nächsten Patch betreffen. Wenn ihr Fragen habt, einfach drunter unter YouTube-Video oder wie gesagt, wir posten das ja auch bei Facebook. Und ja, dann werden da sicher die Aufragen beantwortet, wenn ihr dann welche habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like da bei Facebook oder YouTube oder auch bei Twitch, wobei dieses Video nicht da zu sehen sein wird. ja, und wir sagen danke und freuen uns aufs nächste Mal und bis denne. Tschüss!